Was ist mit Ihnen passiert? Ich erinnere mich nicht. Ich wusste nicht, wo ich im Leben hin wollte. Aber dann bin ich dir begegnet und ich weiß zwar nicht, wohin es geht, aber dass ich mit dir dorthin will. Sind Sie bereit, uns zu sagen, was genau mit Ihnen passiert ist? Waren Sie allein? Ich sagte doch, ich erinnere mich nicht. Ich glaube, dass irgendwas überhaupt nicht mit dir stimmt. Was ich damit sagen will, ist... Du bist die eine für mich, Ruth. Was ist denn nur los mit dir? Ich liebe dich, aber Menschen ändern sich. Irgendwann werde ich mich auch ändern. Vielleicht liebst du diese neue Version von mir. Vielleicht auch nicht. Geht's dir gut? Irgendwie bin ich im Moment gar nicht ich selbst. Ich selbst. Ich selbst. Ich selbst. Ich selbst. Ich suche dich. Vielen Dank.